Ja, liebe YouTube-Freunde, was geht beim Bauerhausen? Ja, da wird geheiratet und es ist ein Hochzeits-Apero. Und hinter mir ein Lamborghini. Das Brautbad der Lamborghini. Ja, hallo Kevin. Wie viele PS hat dieser Lamborghini? Und wie viele Zylinder? Sehen Sie, das Ding geht echt ab. Und jetzt. Ja, der Ferrari ist schon schön, wenn du meinen Kurvelader geschlossen hast. Lamborghini. BAU10, weisst du, BAU10. Also, Airways besser gesagt. Ja, doch. BAU10, weisst du, BAU10.